ich weiß nicht wie ich ein bisschen beschossen werde und ich nicht weiß wo du bist weiß dass ich jetzt ein bisschen tot äh ist er gestorben und dann mein Schläger freundlich ich schlag dir gerade ins Gesicht naja komm 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 immer ins Gesicht und ich bin jetzt komplett out of ammo also muss ich mal machen lassen weil ich auch nun im 30 schussfahrt wird insgesamten komm her das liegt auch zu werden hier liegt man und ich bin der bis zum und sterben auch 1 ich versuchte gerade wieder zu beleben zu helfen okay ich werde ein bisschen angeknappert ja ich hab's gemacht Vorsicht blüht ein Portal auf bis 12 Uhr Oh ne ist es zu gepackt Ich hab Milch nicht gefunden Geh auf Ich hör so ein Mini Ach hier Komm her Ich hab ein bisschen Munition gekriegt Joa ein bisschen Das heißt nicht Komm her Nein okay ich geh wieder Okay Veit wo bist du denn? Ähm Da bist du Mit zum komischen Hallo Herr Psychopath Das ist ein Brenner Nee jetzt nicht Wenn ich ihn anzunehmen dann dann behalten Ach so Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ey guck mal Ey guck mal Das war nicht Das ist so intelligent wie ich dachte weil ich wünschen wieder fast froh Ich hab' 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 Und ich hab' an für die überging über nachkampf angreifen das fand ich immer drauf kloppen gut Luca wie sieht's denn von der Zeit aus 3.27 Uhr können wir noch ein bisschen weiter machen wenn die Lust noch da ist bei dir ja älter ich kann das Spiel den ganzen Tag suchen und ich hab immer noch Bock drauf ja ich bin gut und ich meine mit mir weil ich immer so oft sterbe und eigentlich du mich immer wieder beleben muss ich weiß ich bin nicht der beste in dem Spiel aber hier zum Beispiel es ja gesehen und was mir das bin ich unbedingt der beste wir sollten jetzt irgendwie mal zurück war aber am Psychopathen habe ich gar nicht gesehen ich bin ich bin von so bewusst ich bin super hat okay man sieht sich war ach wenn ich mich nicht muss bin er heilig mich noch schneller doch wüsste ich nicht ok kannst du immer hin ich hab irgendwas wieder ii, Rex was ein Rex? Aua, Angst und Fledermäuse die Hä? Nein, scheiße, Rex Fuck, hast du ein Rack angegriffen? Eigentlich nicht aber ich schieße die grad ein bisschen ab ok knallhautel knallhautel Dingsbuss ah iii, ich sterbe hier ich sterbe, ich sterbe ich bin tot komm her ja, spuck mich an, ich bin schon tot halb tot und du spuckst mich an scheiße lebt doch wieder, dann gibt es nicht versucht, es ist wieder zu ja, ich hab's versucht, aber nicht geschafft, weil der mich weggestoffen hat waaaah weil du so oft anfällig bist gut, ich würd sagen, Jilla meinst, ich will nur, ich will komm, lass dir doch ähm, farm kannst du doch richtig schön XP-Farm, aber ich versteh dich warum du immer weggrenzt ja, weißt du nicht ich töte doch ja auch welche oder ist das einfach keine XP-Farm, welche man töte hey warte mal super, damit hab ich nicht gerechnet ich kann davon gar nicht keine Waffe brauchen, oder? warte mal ich hätte mir nur einen Revolver gewollt ja, so einen super Revolver könnte ich eigentlich einpacken welche Waffen nütze ich jetzt eigentlich eigentlich halt keine Pistole, sondern wirklich einen Revolver ja, hab ich warte mal, ich guck mal, ob... ne, ich hab keinen Bock, den zu benutzen ja ah ja, dann tue ich auch die Mauseeinstellung machen jetzt weiß ich, warum ich momentan keine Schottes benutze weil die im zweiten Teil nicht so geil sind weil die im zweiten Teil nicht so geil sind ah, mein, mein, mein Fuß ist eingeschlafen, scheiße ja, du bist grad so in die falsche Richtung gelaufen, dass wir wieder einen weiteren Weg hatten als vorher ja das ist mir egal, das, was mir wert ah, krieg ich auch mal was gebrochen davon ah, mein Fuß ah, mein Fuß ah, mein Fuß kennst du, dass wenn du einschläft ja und der auch nur so ein, ah ah und wie wohl ich von hier draufgegangen bin und irgendwie kam auch immer die Racks raus oder wie auch immer die heißen ja, ich weiß, die Chill-Nacht von einem sowas das, ach, jetzt weiß ich deswegen sieht das kack wie so aus ah, bestellt so, wo wollen wir jetzt hin? ja, wieder zurück gerade aber erst okay, mit dem Robo, wo mich noch üben hör auf damit hör auf hör auf tja, 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 tja du hast mich gerade angespuckt, oder? zum Thema hier tja, lieb und alles geh sterben, du scheiße viel so also mit dem Bewerber kommt nicht klar also die Marke nicht mehr wirklich muss hätten wir die in den Minenschlüsse abgeben die Spums abgeben könntest du mal mir helfen weiter voraus zu werden ja ich versuch's weil ich die Kille kopf alleine deswegen bin ich schon wieder ja ich bin auch Wettler die Sternbeschläger Moment ich muss anladen Moment Moment ich muss anladen okay das nachladen kann man da irgendwie auch verschneller verschneller oder irgendwann ja ich hab ein Gartenzwerg eingesammelt in dem du in dem du ähm du kriegst irgendwann so ein Waffenskill also ein Waffenleavener und dadurch ähm erhöht sich dann dieser Schaden oder was weiß ich hier das hängt davon ab wie oft du mit den Waffen ähm spielst also wir Waffentypen wie SMG oder was weiß ich ja ok ok hab verstanden ja ok du brauchst mir nicht gleich weg sterben ne das schaff ich nicht mehr ok ich bin weg aber hey ich stecke auch bald auf gut wo bin ich jetzt hier gesporn wo willst du wo willst du ich werde jetzt aus der Karte ja ich bin irgendwie aus der Karte rausgebackt gut ja 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 ist gut ich hab's verstanden ich muss bezahlen vielen Dank dass du das Personen rekonstruktionsdings da wo genau wird geschalten hier sterben mach das nie 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 wieder gut aber überhaupt nicht ich bleib geschossen ich bin ich bin du hast du auf hörst du auf hörst du auf ich versuch zu dir zu kommen dauert nur eine Weile weil du ein bisschen weit weg bist so vielleicht noch ein bisschen schreien dabei das hilft vielleicht bäh komisch wenn wenn ich springe schreite nicht mehr so so oder lach doch so fies ich geh mal hier aber den anderen Spawnpunkt so wie ich es jetzt schon aufgefasst habe aktivieren gut ich komme meine meine Leiche muss ich obduzieren Geld gut was liegt denn hier noch alle schon rum irgendeine Waffe ich sammel hier meistens so irgendwelche Dinge ein wovon ich keine Ahnung habe soll man es einfach haben ein irgendwelche Waffen kann ich ups sorry kann ich gleich nachladen Rucksack was habe ich denn hier an in dem Bohnenschredder brauche ich nicht mehr TKs Wave Seconding Ladyfinger klingt interessant und mindestens 16 ah ok macht 6 Schaden 23 Schaden 79 was macht die 70 ja ok eine Abänderung 3 2 2 3 3 3 4 3 keine Moni mehr also fast keiner keine Moni mehr 3 3 4 5 5 6